heute bin ich hier in lechhausen am pump track das ist auch ein weiterer pump track in augsburg oder näher augsburg genau ich war hier schon mal heute bin ich wieder hier und heute habe ich euch mit ich würde sagen wir machen es wie im letzten video ich schneide euch wieder paar sachen zusammen viel spaß mit dem video ok auf jeden fall das war es jetzt mit dem video ich muss jetzt leider zu einer party weil heute ist silvester euch einen guten rutsch oder ich hoffe ihr hattet einen guten rutsch ich denke mal das kommt direkt am ersten januar raus ich hoffe euch hat das video gefallen es war wahrscheinlich sehr kurz aber ja ein paar einblicke von dem pump track hier habt ihr hoffentlich mitgenommen wir sehen uns nächstes mal tschau tschau